Die deutsche Nationalmannschaft konnte erneut nicht überzeugen und kam beim Benefizspiel gegen die Ukraine nicht über ein 3 zu 3 hinaus, wobei das Ergebnis sich letztendlich sogar noch einigermaßen in Grenzen hält, denn zwischenzeitlich sah es echt schlecht aus vom Auftritt und vom Ergebnis, da hätte die Ukraine auch gut und gerne sogar das 4 zu 1 erzielen können und dementsprechend steht nun auch Bundestrainer Hansi Flick zunehmend in der Kritik und das Ganze möchte ich in dem Video kurz mal beleuchten, einfach das Spiel kurz durchsprechen, was so meine Punkte und Erkenntnisse vom Spiel waren und zunächst einmal, ohne jetzt mal auf die Taktik oder das System einzugehen, die Leistung von David Raum und generell die Nominierungen sind echt bodenlos, also einfach mal David Raum als Beispiel, ist bei Leipzig kein Stammspieler, spielt er eigentlich recht selten, wird wenn dann nur eingewechselt, bei der Nationalelf wird er sogar nominiert und darf sogar in der Startelf spielen, klar ist es nur ein Testspiel, aber die Leistung hat echt wieder alles ausgesagt, also das sah echt teilweise aus wie ein Kreisligaspieler in einer Profimannschaft, hat er heute wirklich extrem schlechte Flanken gebracht, einmal am leeren Tor vorbeigeschossen, wo er eigentlich querlegen müsste und zudem auch das eine Gegentor mit seinem Fehlpass verschuldet und ich verstehe es einfach nicht, wie er spielen kann und wie generell das Leistungsprinzip mehr oder weniger ausgehebelt wird bei der Nominierung von Spielern, denn klar kritisiert Flick vielleicht, dass Süle nicht 100% gibt und vielleicht mehr rausholen könnte, dennoch ist er auf jeden Fall besser, wie jetzt beispielsweise ein Klostermann, der dann letztendlich eingewechselt wurde. Ansonsten, wenn wir auf das System und die Taktik zu sprechen kommen, so hat der Flick schon bei der Kader-Nominierung bekannt gegeben, dass er mit der Dreierkette spielen möchte und zudem vor diesem Spiel jetzt gesagt, dass er mit einer Doppelspitze aus Füllkrug und Havertz spielen möchte, letztendlich hat Havertz nicht von Anfang an gespielt, es kam dann aber dennoch zu einer Doppelspitze und einer Dreierkette, auch wenn es rein formal auf dem Papier vielleicht nicht so aussah, denn da hatte man Goretzka, Kimmich, Brandt, Sané und Füllkrug für die offensiven bzw. die Mittelfeldpositionen. Letztendlich hat es sich aber so formiert, dass Goretzka tatsächlich der alleinige Sechser war und Kimmich und Brandt auf den 8er bzw. 10er Positionen da vorgespielt haben, was an sich auf jeden Fall schon eine interessante Maßnahme ist, wenn man jetzt betrachtet, dass er Kimmich 1 nach vorne schiebt, was mich aber auch verwundert hat, weil unter der Woche Flick noch meinte, dass Kimmich ein guter Sechser ist und genau jetzt stellt er ihn eine Position nach vorne, obwohl das ja eigentlich so viele andere schon früher gefordert hatten. Also das an sich ein guter Move, aber nicht mit Goretzka als Sechser, also Goretzka 0 von 4 Zweikämpfen gewonnen. Das ist einfach kein Sechser, mit dem Ball hat er es noch recht solide gemacht, aber das war auf jeden Fall keine gute Maßnahme. Kimmich hat mir eigentlich recht gut gefallen, weiter vorgezogen. Ich fand ihn dann teilweise ein bisschen zu weit vorne und hätte ihn ein bisschen tiefer besser gefunden, was er dann letztendlich gespielt hat, weil nach der 62. Minute stellt Flick eben um von der 5er-Kette auf die 4er-Kette, spiel ein 4-3-3. Die erste Halbzeit war teilweise noch echt in Ordnung. Mit der 3er-Kette hatte man da einen guten taktischen Kniff, dass Schlotterbeck oft ein bisschen ins Mittelfeld aufgerückt ist und der hatte auch gute Bälle auf Raum rausgespielt, der halt allerdings ein extrem schwaches Spiel hatte. und ansonsten hat man es dann eben umgestellt und da lief erstmal gar nichts in der zweiten Halbzeit, sowohl mit 3er-Kette als dann auch mit der 4er-Kette und dann war es eher so ein Zufallsprodukt mit einem langen Ball von Rüdiger auf Havertz, wodurch man dann eben den Anschlusstreffer zum 3 zu 2 erzielt hat und wieder ins Spiel reinkam. Und so hat man dann die Mannschaft wieder zum Leben erweckt. Man hat gut nach vorne gespielt, aber davor war es halt extrem lust- und leblos vor allem und das war echt gar nicht gut anzuschauen, viel hin- und hergepasse. Das war dann echt schwach, auch wenn man sagen muss, dass die Ukraine es extrem gut gemacht hat. Die werden hier auch ein bisschen underrated beziehungsweise sehr stark underrated von vielen. Ich habe in letzter Zeit einige Ukraine-Spiele gesehen, auch vor der WM, da habe ich gehofft, dass sie sich qualifizieren, weil sie echt guten Fußball gespielt haben. Jetzt das erste Mal mit dem neuen Trainer und es war echt schon gut und viel Versprechen mit vielen guten Ansätzen. Ich meine, die haben auch einen extrem krassen Kader, finde ich persönlich. Mudrik war stark über den linken Flügel, aber vor allem Zygankov mit zwei Toren und beim dritten Tor ist er auch entscheidend beteiligt, da er eben den Ball durchlässt für Mudrik und deshalb wirklich Zygankov für mich Man of the Match. Aber ansonsten, wenn wir jetzt auf die deutsche Elf zurückkommen, dann muss ich zu Flick sagen und ihm so ein bisschen entgegnen, dass das System mit der Dreierkette eben nicht gleich bedeutet, dass man defensiv besser steht, denn es kommt eben nicht auf das System an. Wenn man eben genauso hoch steht mit der Abwehrkette, dann ist man genauso anfällig für Konda wie jetzt mit einem Viererkettensystem. Es liegt eben nicht an der Formation, dass man eben defensiv so anfällig ist und viele Fehler passieren. Es liegt dann primär am Spielstil, dass man eben selten mal tief steht und dann nach vorne kontert, sondern eben oft mit hohem Ballbesitz agiert und dementsprechend anfällig für Konda ist. Und Konda sind eben erwiesenermaßen die besten Torchancen und dementsprechend hat die Ukraine auch nicht viele Chancen gebraucht, um dann eben die Tore zu erzielen. Auch wenn man sie bei dem einen Tor dann einfach eingeladen hat mit dem katastrophalen Pass von Brandt. Ginter hat da gar nicht mal die größte Schuld, wie ich finde. Ich glaube, er kann da gar nicht viel besser machen. Ist auch extrem unglücklich, wie er letztendlich den Ball an Dorfbück verliert. Ich sehe da eher die Schuld bei Julian Brandt. Und nichtsdestotrotz hat man am Ende, wenigstens was das Ergebnis angeht, nochmal eine Moral gezeigt. Hat nochmal ausgeglichen. Und ja, offensiv kann man auf jeden Fall ein bisschen drauf aufbauen. Defensiv ist es halt weiter wackelig. Und ich sehe auch nicht, wie Flick das beheben möchte. Ich finde einfach, sein Spielstil ist vielleicht für Klubfußball angebracht mit hohem Pressing, hohem Ballbesitz und Konda anfällig. Da kann man das vielleicht noch besser kaschieren. Auch die Abläufe besser eintrainieren. Und vor allem die Defensive, dass die sich besser einspielen und besser untereinander verstehen. Aber auf Nationalmannschaftsebene ist es einfach nicht möglich. Und vor allem ist da ein viel konservativerer Fußball gefragt. Wir haben es ja eben gesehen mit Frankreich, England, Argentinien vielleicht nicht ganz so. Aber das sind so die Nationen, die erfolgreich waren. Und die lassen eben deutlich defensiveren Fußball spielen. Und auch Spanien eben mit einem ähnlichen Ansatz sind bei der letzten WM gescheitert. Und da sehe ich einfach primär das Problem. Nichtsdestotrotz, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich werde auch die weiteren Testspiele anschauen. Je nachdem, wie es ausgeht und ob ich Zeit habe, auch ein Video dazu bringen. Falls euch das hier gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auch gerne mal eure Erkenntnisse in die Kommentare. Beziehungsweise ob er meiner Meinung zustimmt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.